Du stehst auf Bands, die Hardcore-Metalcore mit Clean-Gesang und mit härteren Passagen spielen, dann hört ihr auf jeden Fall die Band The Narrator an. Die Jungs aus Essen haben jetzt vor ein paar Tagen ihre neue Single veröffentlicht und was ich dazu sage, seht ihr jetzt im Video und damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. Was ich auf jeden Fall direkt fühle, ist einfach dieser Groove. Es groovt so nice irgendwie, da hat man irgendwie direkt Bock irgendwas irgendwie mitzumachen. Sehr, sehr geil. Also fängt schon mal sehr, sehr schön an. Boah, das fand ich jetzt gerade auch so richtig nice bei diesem Breakdown-Part. Es werden ja immer so vereinzelte Töne gespielt und danach kommt einfach so nach dem Takt einfach so Das kam extremst gut und ich mag die Vocals auch wirklich sehr. Die sind so sehr schön Hardcore-lastig, muss ich sagen, aber die gefallen mir wirklich ganz gut. Vor allem, weil man halt eigentlich auch ganz gut den Text verstehen kann und deswegen, ja, gefällt es mir auf jeden Fall sehr gut. Just! Let's go! Probably cold on the glasses of violence, but We are back in the, the level does this to me Right before all the cancer reloaded, will you tell it wait? We're struck in the silence, it's to ignite All of the demons died for alive Tonight, we're alive There is no better place we could go Auch sehr, sehr nice, sehr schöne Stimme, sehr schöner Klang auf jeden Fall. Und was mir auch da wirklich sehr gut gefällt, ist tatsächlich dieses Krächzige, vor allem in diesen Endparts. Gefällt mir, also wirklich sehr, sehr schön gesungen. Ey, ich find's mega geil. Ich find's mega geil. Boah, das, boah, was war das denn bitte? Das will ich auf jeden Fall noch machen, das will ich auf jeden Fall noch machen, das kam so böse. Ja. 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 Okay, nice, Initiative Musik wieder am Start. Ja, ey, ich muss sagen, mir hat es echt gut gefallen. Also ich fand auch, die Länge war ganz angenehm, es waren jetzt 2 Minuten 55. Ich fand den Song jetzt weder zu kurz noch zu lang, ich fand den irgendwie sehr passend, weil, ja, die haben gefühlt alles gezeigt, was sie wollten und deswegen mega, mega cool. Cool, sehr, sehr nice Vocals, sowohl die, sag ich mal, die harschen Vocals als auch die Clean Vocals. Dass die Clean Vocals dann auch noch so ein bisschen so dieses Krächzige hatten, fand ich wirklich sehr, sehr cool. Und, ja, diese heftigen Parts, diese heftigen Breakdowns haben mir mega gut gefallen natürlich. Das war natürlich für mich auch wieder das Beste am Song. Und, ja, also ich habe, glaube ich, bislang schon eine Single, glaube ich, von denen gehört, aber irgendwie komplett vergessen, irgendwie die Band. Aber ich muss mir die auf jeden Fall dann nochmal mehr anhören, vor allem jetzt nach diesem Song, weil der hat mir wirklich sehr gut gefallen, sehr schöner Metal-Core-Song mit schönen Cleans, schönen harten Passagen und, ja, The Narrator checkt sich auf jeden Fall aus. Das war's. Da ist heute mal Spaß.